Einen wunderschönen guten Tag, besser gesagt guten Nachmittag meine lieben Freunde. Dieses Video geht viral, weil wir hier in Billstedt sind, in Hamburg. So das, das Brennpunkt sein aus Hamburg. 6 all in the mix und herzlich willkommen. Folgt mir auf meine Reise durch Billstedt, Ghetto, Hood und Brennpunkt. Ja, ein sehr, sehr hoher Migrationsanteil ist hier in Billstedt und ja, ich führe euch ein bisschen herum. Hier soll es die Hood angeblich sein. Let's go. Die Leute gucken einen aber auf jeden Fall schon an. Wie ist das offiziell in der Hood? Dann würde ich sagen, zeig mal her. Offiziell in Billstedt. Wie geht's Bruder, alles gut? Ja, du läufst bei euch. Ihr seid aus Billstedt? Ja. Ja, wie läuft's hier? Man sagt, hier ist es offiziell die Hood, der Brennpunkt. Ist das so, oder? Überall. Überall, ja. Danke dir. Mach's gut. Die Leute waren nicht so gesprächig, aber wir gehen weiter. Was gibt's eigentlich hier? Ich grüße euch. Dort sind so Wohnungssiedlungen mit wunderschönen Häusern im Hintergrund. Und das ist hier Billstedt. Maugstieg. Ja, also, wir sind direkt hergekommen und wollen uns sozusagen umschauen. Billstedt. Angeblich die Hood. Naja, wenn ich dann noch hier war, kann ich das auch wieder abparken. Dann war ich schon einmal hier gewesen. Gehen wir mal ganz kurz auf die andere Seite. So ein Center, alle sagen, geh in Center. Da oben auch auf der Brücke. Das kennt man alles. Das hat man überall. Alles sieht gleich aus. So. Auch zu so einem Center. Was sollen wir da im Center machen? Ja. Rot. Danke. So. Billstedt. Die Polizei natürlich hier auch am Start. Gerade die Polizei gesichtet. Zum Beispiel. Ja, auch hier so. Polizei. Scheint ein heikler Ort zu sein. Aber hier sieht mir das echt aus wie nach... Ja, Alter. Das sieht mir eher nach reiche Gegenden aus. Und ruhig und so vor allem. Lorenzweg. Lorenzenweg. Okay. Meine fressen Schicks. Fang nochmal an, richtig zu lesen. Schaut euch, was machen die Häuser, die Siedlungen hier. Eigentlich sieht das aus wie so ein Dorf hier so eher. Ja, also... Wenn das eine Hood ist, dann... I don't know bro. Dann weiß ich auch nicht. Komm, wir gehen mal ganz kurz an die Seite. Was ich vom Waldsee sehe, ist ein bisschen Graffiti an der Wand. Gehen wir da auch mal hin. Direkt natürlich, ne? Gehen wir da auch mal hin. Ihr seht aber hier, Wohnsiedlungen sind eigentlich super entspannt. Ich mein... Wo ist hier die Hood, Alter? Ja? Eigentlich sehr idyllisch und sehr, sehr schön. Sogar der Rasen ist gemäht. Sieht schon geil aus hier eigentlich. Die Kenneggs sagen auch nichts, die gucken einen nur an. Ist eigentlich entspannt alles. Wo ist bitte hier eine Hood? Sag mal. Sag mal, bei euch Piepsterwoll. Eine ganz normale, schöne, ruhige Gegend. Hier haben wir die Graffiti-Warn schon entdeckt. Auf jeden Fall lebt die Kultur hier in Billstedt weiter. Und hier nochmal. Auch geil. Da hinten nochmal das Haus. Bei allem Respekt, Billstedt ist echt schön. Da ist nichts mit Hood. Eine entspannte Lage ist das hier, würde ich sagen. Naja. Wohngemeinschaften hier. Häuser. Dahin gibt es noch so einen Kiezblock oder was? Hochhaussiedlungen da hinten. Auch interessant. Überlege, ob wir da hingehen. Es sieht nah aus im Video. Ist aber weit weg, Mann. Da müsste ich echt voll lange laufen. Auf jeden Fall ist das hier die Hood sozusagen. Wird gesagt. Wird gesagt. Ich weiß nicht, Freunde, was Leute alles erzählen, was alles stimmt oder nicht stimmt. Hamburgs Brennpunkt. Aber es sieht eigentlich alles okay aus hier. Jetzt weiß ich mal, so dieses, ah, was Leute mal erzählen, wie gesagt. So, Freunde. Und hier sind wir ja gerade auch. Bin ein bisschen weiter gelaufen, hab das ausgemacht. Jetzt wieder die Kamera ist angemacht. Ah, siehst du doch, alles klar. Hier nennt sich das Bunker. Bildstedt. Das Bunker. Hier soll ja auch eine interessante Gegend sein. Das Bunker. Wahrscheinlich das hier oder was? Von dem ist mir auch nichts bekannt. Aber jetzt gerade ein Passant, dem ich begegnet bin, der hat mir das so erzählt und hat mich dann sozusagen hergebracht. Hier ist auch ein cooler Ort angeblich. Ein krasser Ort damals. Und heute, auch diese Wohnsiedlung hier, soll auch krass sein. Da sind Kids, die Fußball spielen. Und hier angeblich das Bunker. Tja, ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Auch eine Wohnsiedlung, wie in Schiller zum Beispiel, Berlin-Neukölln. So Spinne. Das erinnert mich so daran. Ja, komm, wir gehen weiter. Ja, wir probieren nochmal ein paar mehr Orte hier zu finden. Und ja, ich melde mich gleich der Hände mal. Das ist der Bunker hier. Bildstedt. Einer der heißesten Pflaster in Bildstedt. Soll das hier sein, hat der Kollege gerade gesagt. Ja, vorher hat er mal gesagt. Heute weiß er nicht, ob es so ist. Die Häuser sind auch komisch, ne? Auch ganz komische Gebäude hier auch. Balkon mit Silberabdeckung. Ja, auch interessant eigentlich. Bildstedter Hauptstraße. Kreuzkirchenstieg. Hier zum Beispiel. Da hinten waren wir bei dem Bunker. Und hier mit dem Kollegen gerade gesprochen. Der wollte aber nicht wirklich gesehen werden. Also er meinte, gesehen werden schon. Aber er wollte kein Interview geben. Der Kollege wollte leider kein Interview geben. Hab da jetzt gerade auch jemanden getroffen. Aber es ist ja nicht schlimm. Wir gehen weiter. Aber trotzdem sehr, sehr gefallen hier. Wir gehen weiter. Und ja. Hier so die Hausruts. Auch hier so die Gebäude. Ja, auch super interessant. Wir machen das auch nochmal. Die Gebäude hier. Diese Wohnsiedlungen. Und dann haben wir ab. So Freunde. Und hier sind wir auch. In den ganzen Wohnsiedlungen. Hier sollte ich auch mal schauen. Was hier so abgeht. Hab gerade wieder einen Tipp bekommen. Von einer gewissen Person. Dass das hier auch. Dazu gehört. Und dass ich diese Gebäude unbedingt mal filmen sollte. Ja. Ja. Sieht interessant aus. Sieht gerade hier am Parkplatz. Auch. Wie in Berlin so der Style. Auch die Pagis ging gerade da rein. Die sahen schon so nach ein bisschen Dings aus. Darbe. Aber. Was soll ich sagen? Auch super interessant hier. Ja. Auch die Gebäude da hinten. Wie ihr seht. Ja. Wir gehen mal wieder zurück. Da sind auch ein paar Jugendliche Gs. Die gucken auch gerade. Was ich hier mache. Mülltonnen sind sogar. Der Stil ist sogar sauberer als die bei uns. Vielleicht ein kleiner Teppich. Was haben sie noch? Ein bisschen Sperrmüll. Was heißt Sperrmüll? Einfach nur kurz mal was weggeworfen. Bei uns ist es relativ dreckiger. In dem Sinne. Als hier in Billstedt. Hamburg. Ja. Das war schon immer so mein Ding. Ja. Also. Unterwegs sein. Euch Orte zeigen. So. Die ganzen Gebäude. Die ganzen Hoods. Ja. Letztens haben wir. Reeperbahn gehabt. Dann. Die beliebte. Die beliebten Orte dort. In Hamburg. Zum Beispiel an der Alster. Und so. Ja. Und heute haben wir das. Natürlich die ganze Zeit. Im Plan. Im Thema. Ich. Bin nicht real. Wenn ich nicht zur Hood gehe. Ich muss. Diese Orte checken. Für euch. Ja. Weil sonst ist es. Für mich. Spielt das. Spielt sich das Leben hier ab. Nicht in den. Beliebten Orten. Nicht nur in den beliebten Orten. Sondern aber auch hier. Wo die Leute wirklich leben. Die ganzen Locals. Tätlich. Sozusagen. Äh. Damit zu tun haben. Mit dem. Day Struggle. Mit dem Life Struggle. Und ja. Was soll ich sagen. Mich interessiert das sehr. Ich komme sehr gerne. In solche Orte. Weil hier sind für mich die Menschen auch. Menschen. Äh. Jeder hat sein eigenes Leben. Und. Äh. Leute haben es schwer. Okay. Und. Ja. Auch wenn es inzwischen nicht mehr schon so ist. Auch wenn es inzwischen nicht mehr so ist. Wie damals erzählen viele. Es ist ja auch leichter geworden. Es ist hier dennoch gut. Und. Eine gewisse kriminelle Energie. Ist hier auch am Start. Ja. Vor allem hier in Bellstedt. Bellstedt. Was haben sie hier. Baklava Läden. Spielhalle. Alte Gebäude aus den 80ern. Gebäude aus 90ern wahrscheinlich schon eher. Das sind Gebäude aus den 90ern. Das ist ein eher neuer. Ja. Ja. Was haben wir noch? Ein Hotel haben sie hier. Panorama Hotel. Steht drauf. Panorama. Ein Hotel. Ist halt wie so eine kleine Stadt für sich so. Wildstädter Innenstadt sozusagen. Zentrum. Dönerläden. Lokale. Alles drum und dran. Billstedt City Freunde. Auch super interessant. Hier wollte ich euch irgendwie mal ein paar Sachen zeigen. Jetzt räumen die hier ein. Auch so ein Obstladen. Aber jetzt wird es ein bisschen später glaube ich. Ich glaube auch schon dass sie nachts so ein bisschen abgeht. Vom Feeling her sagt mir. dass der Ort kein einfacher ist. Was heißt kein einfacher? Gibt es wahrscheinlich hin und wieder mal Meinungsverschiedenheiten. Vor allem jetzt. Wenn ich ein Polizeiauto da sehe. Genau. Was gedacht? Wie mit dem Kollegen? Ja gerne. Ja. Gerade auch mit dem Kollegen der ein Foto machen wollte. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Schon der zweite. Freunde. Hamburg geht ab oder was? Polizei. Und. So gewisse Kontrollen gibt es hier. Ihr seht. Zum Beispiel hier auch. Ja. Der Ort ist. Nicht ohne. Verständlicherweise. Das heißt. Umso später es wird. Umso. Heftiger wird sie wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Ja. So. Was wir jetzt machen ist. Ich glaube wir sind genau richtig hier. Freunde. Wir sind genau richtig hier. Komm. Wir sehen uns nochmal vor dem Center. Und dann. Ja. Haben wir alles im Kasten für heute. Auch super interessant hier die Gegend. Wie gesagt. Laut den Passanten oder Leuten die hier wohnen. Soll es nachts wirklich sehr sehr abgehen. Also abends kommt dann immer die Polizei her und so. Wurde mir gesagt. Ich weiß es nicht. Einmal ganz kurz die Hamburger unter euch. Könnt ihr das bestätigen? Die Zuschauer. Einmal in die Kommentare. Ey. Wenn diese Videos aus Hamburg viral gehen. Dann war ich auch nicht mehr. Dann zieh ich nach Hamburg, Alter. Brauchen wir nichts mehr in Berlin zu machen. Was denkst du? Machen wir jetzt den Schluss oder machen wir woanders den Schluss? Okay. Wir gehen nochmal kurz vom Center. Da oben auf der Brücke soll es auch immer abgehen. Jugendliche Kriminalität. Also. Ich komme auch gerade raus aus dem Center. War ein schöner, großer Center hier. In Bildstadt. Hat mir sehr gefallen. Ich würde sagen, das war es auch schon mit meiner Reise. Ich verabschiede mich von euch. In dem Sinne. Hier nochmal geht es zur U-Bahn. Und wir fahren jetzt zu der Stadt. Also zur Innenstadt. Hauptbahnhof. Und hast du nicht gesehen. Ich überlege heute. Ich überlege es mir auf jeden Fall nochmal. Hamburg ist eine wirklich sehr, sehr interessante Stadt. Bleiben wir noch ein, zwei Tage oder mindestens einen Tag. Eine Nacht. Oder fahren wir wieder zurück nach Berlin. Ich bin auch ehrlich. Ich vermische, Berlin ist auch schon ein bisschen alter. Wie gesagt, Berlin bleibt Berlin. Aber dennoch war es auf jeden Fall eine Reise wert, nach Hamburg zu kommen. Das hat mir echt sehr, sehr gefallen. Hamburg hat seinen eigenen Stil. Und damit ist es das letzte Video für heute. Ja. Und ja. Mehrere Videos bringen wir jetzt. Quatsch. Ich meine, wenn ich länger bleiben würde, klar. Warum nicht? Gibt es sicherlich noch ein paar andere Orte, die man besichtigen kann, die es wert sind. Also tut mir auf jeden Fall leid an die ganzen Hamburger, an die ganzen Einwohner. Wenn ihr dieses Video seht und denkt, wir haben noch viel krassere Orte oder viel mehr Orte, es tut mir leid. Okay. Abgesehen davon bin ich jetzt sowieso weg aus Hamburg. Ja. Ich bin lange weg, wenn das Video oben ist. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das war es mit dem Video. Ja. Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, Dankeschön. Haut rein. Aus Hamburg, Bildstedt. Einer der krassesten Brennpunkte in Hamburg. Ich bin draußen. Dankeschön. Ihr wisst, was zu tun ist. Hilft mir bitte weiter. Wir stehen jetzt kurz vor dem neuen Paar. Und ich würde sagen, au revoir. Bis zum nächsten Video. Denkt dran, spielt nicht an euch selbst herum, sonst ruft schon einer aus. Peace.